Was hieß der da? Irgendwo in so einer Hütte drin, in so einem Gebäude. So grob hat es sich angehört, als ob der da jetzt von rechts kommen würde. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst. Woher kommt? Was ist das? Woher kommt? Woher kommt? Woher kommt? Woher kommt? Woher kommt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020